Die grüne Prise kommt angerollt. Was ich dazu auch sagen muss, nicht eins meiner dauerhaften Essentials, aber gerade meine Essentials, wenn ich arbeite, weil hier drin befindet sich medizinisches Cannabis, weil ich Cannabis-Patient bin. Digga, Digga, wir haben das aber anders Wort gelöst, Digga, wie er ist Patient, was hat er gemacht, warum ist er Patient? Er ist Patient auf jeden Fall. Digga, wir kennen alle diese eine Person, die einen dazu bringen kann. Ich kenne auch einige Patienten, muss ich sagen. Kennen wir auch. Das mir wahnsinnig hilft beim Arbeiten einfach, um so ein bisschen meine Gedanken zu fassen, meine Konzentration zu finden und erst recht bei dem Lifestyle, den wir führen, auch einfach mal abzuschalten, schlafen zu können. An alle, alle Menschen, die das sehen, lasst euch einfach zu nichts verleiten. Also ich sage euch jetzt nicht, dass das cool ist oder sonst irgendwas. Das muss jeder vertreten. Ist wahr, dass er wirklich Patient ist? Digga, will ich selber entscheiden. Kommt aus der Natur. Ich weiß, ich habe hier nichts von der Straße. 800 Euro, du bekommst das Lifetime. Ich schwöre, Digga. Was oder irgendwas gekauft ist vom Arzt, kontrolliert vom Amt, vom Bundesamt. Ja, bei allen anderen, die kommen es auch vom Bundesamt und so kontrolliert. Wir kennen das alle. nome Schäuило. Ja, was, was wir cleaning das nicht, das wie mit Closeьken, wir kennen dasальная Irreis 16-あー bear true. E Herалось